Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns in der Burg. Wenn euch gefällt, das ist ein Like und ein Abo da und dann wünsche ich euch viel Spaß. Eisenbohlen gegen Skelett, wer gewinnt. Äh, was ist das Dach toll? Jetzt habe ich nichts für das Dach gebaut, weil ich 10.000 Sachen habe. Ich habe noch ein paar Blöcke oder Slaps. Ja, ich... Okay, ich tue mal kurz ein bisschen Rüstung ver... Dingsen, ein bisschen Rüstung abgeben und Sachen. Äh, das haue ich einfach mal hier kurz rein, das muss ich mir dann wiederholen halt. Ich tue ja kurz mal Müllentladung machen bei ihr. Auch wenn es irgendwie ein bisschen fies klingt. Klingt sehr fies. Ich tue Müll... Hat der Bildscher da noch? Ne, das ist gar Bildscher. Ich geh da runter. Hör mal. Hör mal. Mach jetzt. Hier, zum... Äh... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2 geht schlecht, wo bin ich? Ist ja weggerannt Eddie, das geht wirklich zu, das weiß ich nicht Ja, ist mir das hier Ja, gut Ah, ja Boah Scheißen gegen Klipp 1 Das ist so nervig, dass wir sie irgendwie nicht anlocken können Er bringt ja noch Rüstung vorbei Ups, zapp Vor allem packen sie manchmal so in der Ecke, dass man sie einfach nicht rausbekommt Ey, könnt ihr noch mal TPA schicken, wegen Rüstung noch mal vorbeibringen? Ach Leute, was wollt ihr da? Ach, weil da oben die Türen sind, ey Ihr seid echt so bescheuert Weil da oben die Türen sind, das war... Äh, halt die Rüstung in den Kisten Hm? In den Kisten die Rüstung noch mal vorbeibringen Kurz wegen... Weil ich den Typ hier einmal das alles, äh, Gehwasser Ob es ist, ich, äh, bringe kurz noch vorbei, oder? In welchem Typen? Einfach mir TPA schicken in der Rüstung, hier gibt's in der Rüstungskiste Ähm... Äh, könnt ihr, kannst dann, könnt ihr, wenn ihr wollt, noch was kurz vorbeibringen? Ja, ja, Platz Was heißt, eh, nennen? Ich kann... Ich kann... Rüstungen... Ich kann... Ich kann nicht Schicksal abkürufen wie... Ich hab's... Du bist nur Rüstung haben... Er wurde eigentlich Brustrüstung, aber ich geb' her, vielleicht kommt er noch vorbei... Ich kann... Ich kann ja... Ich kann seine Abkürzung in Schlesn, hau' jetzt einfach mal her, den ganzen Ort... Er ist ja gut! So wird Brustrüstung haben? Ich hab nur einmal Rüstung gebracht, also. Enttäusch, egal, du bringst dich an, egal. Ja. Wenn du was findest, kommt noch mal vorbei. Was heißt das? E-Nen-Nen-Nen-Nen. Ich kann's ja... Ich bin... Schick mal, schick mal, schick mal, schick mal. Nein, oh, guck doch in Chat einfach. Ach so. Äh, ne, ja, einen einfach, ne Ahnung. Klöpsel, klöpsel. Er braucht wie es aussieht nicht, ja. Ich hab auch brauchen. Ah, das ist für den Kurskirchen. Cool, ah, okay. Sehr hässlich. Sehr hässlich. Okay. Ich geh mal zurück, weil ich... vielleicht, wenn noch... Kann sich ja jetzt halt einer melden. Ich verschenke den Rüstung einfach weiter, es ist einfach überflüssig bei uns. Weil es braucht normalerweise keiner, weil ihr kann bei uns eigentlich von dir rumlaufen. Äh, dass sich den Staff nimmt. Die Eisenschweier sind auch gar... LOL. Schärfe 3, Junge. Die Eisenschweier sind ganz... Die Goldschweier sind ganz so schlecht. Natürlich habe ich jetzt hier einen Weg, was so ein bisschen sinnlos ist. Egal, hier fehlt auch ein Block leider. Hä, ist eigentlich halt, ist unzerstörbar, Junge. Es hat Haltbarkeit 3 drauf. Und Junge, ich hab ihn... Ich hab schon 5 Gelder getötet und hab keinen einzigen Dings wegbekommen. Hat irgendjemand was geschrieben, ob er noch was braucht? Komisch. Okay, alles gut. Äh, ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich muss los. Geh doch da rein, im Schwäch. Ich will nicht. Ich komme auch hin. Ich tu bis sie zocken wegschaffen. Ja, jetzt setzt sie sich rein. Nein, jetzt. Hier müssen die Pfeile noch hin. Wieso höre ich irgendwie... Ja. Das ist schon random, das ist einfach so Country-Musik. Das hört sich sehr nachvollziehen, aber passt schon. Okay, es gibt einen Clan, da ist Bäume. So, warum, ne? Die haben ja was zur Antwort. Warum nicht? Ich guck einfach mal... Ah, ich muss mal kurz einzutieren. Ne, jetzt ist was Falscher. Hier, er wird's. Ne, da kommen die Goldäpfel rein. Aber ich tu... Kannst jetzt... Goldäpfel und das. Wenn Jan es braucht, kann ich jetzt halt Bescheid sagen, weil ich hab immer etwas mit dabei. Und stuff. Ey, gut zu wissen. Ich tu die heiligen... Dings... Booms dort einfach mal reinhauen. Und das ist mein Stuff, was ich eben... Später vielleicht gebrauchen könnte, was ich noch später einzutieren muss, tu ich einfach mal hier reinlegen. Das ist sinnlos weg. Ich tu einfach alles reinlegen. Außer die Rüstung und dann manchmal random TPA. Und wenn er mich killt, hat ganz viel Müll. Halt eine Rüstung oder so ein Zeug. Der Rest ist eigentlich relativ... gebogen... Nee, gebogen könnte man noch aufheben. Aber der restlichen... Müll... Zeug... Das hat nie bei uns TPA an. Von mir. Nein, natürlich. Nennt das immer schön an. T... Äh, ja. 6... T... P... A... H... 4... Hier, die komische... Han... Han... Na... Wird es locker heißen? Hanna... Mit dem 4 ist locker locker Hanna heißen. Oder Hanna, oder... Hella, oder... Ich kenn... Weiß nicht. Ja... Mach ich einfach... H4NN4H-SL. Ging halt voll beschissen. Die hat auch immer keinen Bock auf mich. Bock auf. Ach nein... TPA... Hier gibt's auch hier... Veganer. Oder wer ist denn der Typ? Mister. Ich versteh einfach mal noch TPA. Und... Leute... Ihr könnt ruhig verteilen. An Leute. Ganz kostenlos. Macht's am besten. Halt wenn die auch was anderes haben wollen. Wie Bücher oder sowas. Woll ich sagen. Bei den Leuten was... Äh... Kein Rang haben. Und äh... In keinem Clan sind. Und an allen was Rang haben. Und halt... Clan sind. Könnt ihr ruhig verkaufen. Das ist halt auch was dafür allen fordern. Ihr könnt... Wegen wir könnt ihr Ausnahmen machen. Die was äh... Ganz normale Leute sind. Halt ohne Rang. Und äh... Im Ding sind. Da könnt ihr euch überlegen. Aber... Bei anderen Leuten wir euch schon... Mit tragen wir euch schon sagen. Dass wir das verkaufen. Sollten. T slash. Spawn. Spawn. Ich muss doch mal jemand sein was Müll haben möchte. Wo ist jemand? Wo ist jemand? Wo man auch... Wo ist einfach den Müll immer bei... Aufm Spawnfleck? Nein. Das bringt ja nicht. Wenn sie Spawn machen dann... Dann ist es ein. Ja. Dann hauen die es auch wieder weg. Ich will es ja ordentlich verteilen. Und gucken ob wir alles braucht so. Jungs ich hab auch schon übelst viel Banner verbreitet. Wow. Was ist denn wow? Ein bisschen mehr Bekanntschaft. Wenn überall bei jedem im... In der Base Zone Banner hängt von uns. Ist geil. Ja. Sag mal so. Ist so schwer es da reingeschein. Hinten. Äh. So schwer es da gar nichts machen. Ey. Könnte man das theoretisch... Beantragen. Dass das... 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 Wir das Rezept können. Äh. Äh. Wenn wir voller Clan sind. Wenn da unser Clan voll ist. Bei uns passt ca. 50. Oder 45. Ich weiß gar nicht ganz genau rein. Was voll ist. Machst du äh. Bei der Eisenbahn noch ein Dach drüber? Natürlich. Das muss ich alles bauen. Da hab ich irgendwo keine Lust. Ich hoffe das macht nichts. Ja das mach ich. Kann ich ruhig mithelfen. Ja ich mach das dann schon noch. Vor allem haben wir ja auch noch Keramik. Na ja. Da muss ich auch mal überlegen. Wollt das gebrauchen kann. Hat keiner Bock auf mich. Die mal anzunehmen. Ich baue auch PvP auf. Ach. Ach. Kannst du einfach mal in Chat schreiben. Werbe. Sachen. Zum Sporn. Ja. Hab ich ja schon mal. Ich hoffe kostenlos was er geschrieben. Wenn mich. Ob ich. Kann ich nicht kostenlos schreiben. Alter. Was ist denn los? Ist P4. Was ist denn P4? Was ist denn P4? Was ist denn P4? Was ist denn P4? Ah hier. Äh. Das Schutzdinge das wir haben. Ist P4? Wie viel? Wie viel? Ja aber. Redet ihr mit mir? Oder? Ich glaube nicht. Wir hätten aber welche Bücher. Wir könnten verkaufen. Nein. Lass mal die Zauberbücher alle bei uns. Nein. Wir könnten die verkaufen doch. Ja. Wir können auch voll viel Geld machen. Oder Sachen damit. Ich hab gerade hier. Wir verschenken. Nein. Wir verschenken das erste Buch. Krass. Und jedes Neid. Nächstes. Nächstes. Äh. Dings. Müssen die mehr zahlen. Oder zahlen. Dafür. Nice. Ist gut. Dings. Ein Buch. Und eins kostenlos. Bye. Äh. Hey. Die haben ja Bücher. Wollen wir. Slash. Clanbase. Die kostet traden. Du guckst immer nach. Natürlich haben wir die. Aber nicht viele. Ja wir könnten. Ich meine. Traden. So. Ja. Keine Ahnung. Äh. Hier. Da haben wir doch einen. Dahinten. Der heißt auch noch so. Das sind zwei. Toll. Welcher ist es? Der Fischer aufw. Is das ist? Der ist ein was? Der ist ein was. Wie. Der ist doch noch so. Der ist doch gar nicht. Der ist nicht der. Wir müssen ja Leder mal hier aufhaben, müssen wir erst vermehren und dann können wir Leder machen. Will keiner Staff? Ja. Warum ist der eigentlich noch so viel Staff? Ich hab das alles mit rausgenommen. Wir haben keine Bücher. Kannst du welche machen? Nein. Hast du Weizen? Nein. Hast du also was? Ja. Was? Sachen, die will ich brauchen. Also ich kann auf jeden Fall Papier, ich geb für Bücher. Ja, wir brauchen auch Weizen, das ist das Problem. Weizen. Ja. Ja, auf einmal Kühl vom Meer und dann Leder. Was haben wir Leder hier drin noch? Ja, wir haben noch drei Leder hier. Okay, alles gut. Ich kann drei Bücher machen. Äh, hat er Papier? Ich will auch traden, um Protection 4 zu holen. Aber du hast mein Leder, du hast mein Leder eingesammelt. Toll, wenn das vor dir wird, ah doch, ich hab's eigentlich gesagt. Hast du Papier? Oder haben wir eine Kiste Papier? Ja, wir haben Papier. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut. Ich hab noch genug. Ne, ich, natürlich, ja, zwei Papier. So, t-schlash-packpack, äh, Bekort bei Emirates, äh, kannst du mein Stack, äh, Dings hier nehmen? Also, so viel brauche ich leider nicht. Okay. Ach, wo ist jetzt meine Emirates denn? Hier. Toll, ich hab nicht genug Emirates. Damit sagen wir mal mit diesen Worten, ich hab nicht so viele, verabschiede ich mich in diesem Video wieder. Wenn euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Schaut bei allen vorbei. Und tschüss bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.